Im Freizeiteinkommendiagramm wurde hergeleitet, dass Daniela bei einem Lohnsatz von 6 Euro bereit ist, in der Woche 40 Stunden zu arbeiten. Dieses Ergebnis lässt sich als Punkt in einem Diagramm eintragen, in dem auf der senkrechten Achse der Lohnsatz und auf der waagerechten Achse die Arbeitsstunden abgetragen werden. Ebenso kann man bei einem Lohnsatz von 9 Euro das Arbeitsangebot von 50 Stunden pro Woche ableiten und dann in das Lohn-Arbeitsstunden-Diagramm übertragen. Das gleiche geschieht für den Lohnsatz von 12 Euro pro Stunde. Für weitere Lohnsätze verfährt man ähnlich. Auf diese Weise erhält man die Angebotskurve für Arbeit Punkt für Punkt. Der Richtungswechsel dieser Kurve zeigt, dass es einen kritischen Lohnsatz gibt, bei dessen Überschreiten der Einkommenseffekt den Substitutionseffekt der Lohnerhöhung dominiert.